so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die vielleicht zu recht gehypten sirenen raketen von funke ja ich habe schon mal meiner meinung bisschen funke kundgetan sagt man das so ich glaube schon ich bin jetzt zugegebenermaßen eigentlich kein funke fan weil die sehr teuer ist funke ist sehr teuer ja klar qualität hat seinen preis das ist mir schon bewusst aber 20 euro dann zu zahlen für das sortiment 25 war dann schon ein bisschen naja ok ich hoffe ich triggere euch nicht zu hart ich höre ja schon auf also guck mal hier mal hinten drauf die funke raketen aus der premium line natürlich mit einer nem von ganz 200 gramm glaube ich oft zehn raketen und das alles in f2 und jetzt wird spannend so sehen die aus zwei also 1 2 3 4 fünffach sortiert also doch wie ich meine zehn stück hier haben wir zum beispiel mal eine muss mal kurz gucken was der effekt hier ist rot blinker silber cracker silberne crack sterne mit roten blinkstern das hört sich gut an irgendwann hier irgendwo gab es noch duplex cracker das hat sich immer so lustig angehört vielleicht war das sogar die ist es die ja lustigerweise genau hier könntest lesen duplex cracker naja ich glaube jetzt mal nicht weiter drum rum leute ihr wollt ja denke ich auch wissen wie die sind obwohl es schon viele videos gibt und ich zeige euch jetzt wie die sind was die können und ja wir bilden uns meine eigene meinung bis gleich beim test der sirenen raketen leute jetzt gibt es die sirenen raketen sind ja zweifach sortiert und wir haben genau fünf flaschen das heißt wir werden jetzt hier aufbauen und dann gibt es die sirenen raketen sirenen rakete nummer eins effekt sternen rakete rot blinker silber cracker ich bin gespannt mikrofon das ist jetzt duplex cracker duplex cracker ja glaube ich genau die duplex cracker so funke sirenen rakete grün blinker und da steht brokat gold das klingt schon mal edel was also meine meinung hat sich nein funke ist scheiße nein sirenen rakete weiß blinker und agnesium groß und ich mal wieder genau das ohren zuhalten muss und die letzte funke sirenen rakete rolle blau gold glitzernde weide rolle 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 blau ja bisschen klein aber ich sag mal im großen ganzen sind die raketen echt gut aber sehr teuer und das was funke ausmacht also bis zum nächsten video hau da rein und jetzt noch mal die funke sirenen raketen versuchen wir mal aufs schlag krammer meine ohren alter Das war's!